Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben zumindest in Temperaturen ja jetzt schon ein paar Tage lang Sommer, aber auch kalendarisch, genau, da ist der Sommer jetzt auch direkt vor der Tür und deswegen habe ich mir wie jedes Mal fünf Bücher ausgesucht, die ich gerne in der Sommerzeit lesen möchte. Was aber nicht heißt, dass ich nur diese Bücher lese. Ihr kennt das, ich lese ja sowieso dann immer kreuz und quer. Aber es sind auf jeden Fall ein paar interessante Bücher dabei und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch jetzt mal dran. Ja, als allererstes habe ich ein Buch, was ich schon eigentlich letzten Sommer lesen wollte, aber das habe ich leider nicht mehr geschafft und ja, seitdem liegt es noch hier in meinem Regal. Es ist The Sun is Also a Star, Ein einziger Tag für die Liebe von Nicola Yoon. Das ist so ein Buch, wo ich mir nicht sicher bin, ob mir das gefallen wird, weil es eigentlich sich innerhalb von einem einzigen Tag nur abspielt. Denn wir sind in New York und Daniel und Natascha treffen sich dort zufällig und Daniel ist Hals über Kopf sofort verknallt in Natascha. Aber Natascha ist so ein Mensch, die glaubt nicht wirklich auf Liebe an den ersten Blick. Und dann hat Daniel halt die große Idee, sie davon zu überzeugen, dass es sowas wie Liebe auf den ersten Blick eben doch gibt. Aber er hat wie gesagt nur diesen einen einzigen Tag Zeit, denn Natascha soll am nächsten Tag abgeschoben werden, denn sie kommt aus Jamaika. Klingt alles schon eigentlich total interessant und es könnte echt eine süße Geschichte werden. Aber wie gesagt, bei so Plots, die so innerhalb von einem Tag sich nur abspielen, kann das auch manchmal ein bisschen, ja, unglaubwürdig wirken oder ein bisschen zu sehr gequetscht irgendwie. Ich bin gespannt, was die Autorin daraus gemacht hat. Ich meine, das Buch schreibt ja schon irgendwie nach Sommer und ich sollte es diesen Sommer dann auch endlich mal lesen. Dann möchte ich jetzt gerne mal eine Reihe beenden und zwar Wenn der Sturm tobt von C.L. Wilson. Das ist der vierte Band von dieser Reihe und Band 1 und Band 2 erzählen eine Geschichte und Band 3 und Band 4 jetzt eine neue. Und eigentlich fand ich Band 1 und Band 2 so toll, dass ja, wenn der... Wieso kann ich mir das nicht merken? Der Sommer stirbt, wenn der Winter erwacht oder irgendwie sowas. Ach. Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt. So. Und das mochte ich eigentlich total gerne, weil da geht es auch um zwei verfeindete Reiche und eine Königsfamilie, wo die Töchter alle so Wetterfähigkeiten haben und dann gibt es halt die eine ungeliebte Tochter, die dann quasi verhökert wird an den Bösen. Aber sie merkt schon, dass sie irgendwie auch eine Anziehung, also so eine richtige Anziehung eigentlich spürt. Und ja, die... Das ist so einfach gewesen, so ein bisschen Erotik-Touch und war schon ziemlich kribbelnd. Aber gleichzeitig war auch diese Fantasy-Welt und das, was dann auch so passiert ist, das fand ich echt spannend. Und deswegen war ich eigentlich total auf Band 3 und Band 4 gespannt, weil da geht es dann mit der Schwester von der Protagonistin aus Band 1 und 2 weiter. Aber das fand ich irgendwie... Ja, also den dritten Band fand ich irgendwie flach. Denn hier geht es jetzt um Gabriella und um Prinz Dillis. Und Prinz Dillis kennen wir ja auch schon aus den anderen Teilen. Und eigentlich dachte ich mir, ja, hört sich ganz gut an, aber irgendwie kommt mir das ein bisschen plumper vor als die anderen beiden Teile davor. Ich weiß nicht, wieso. Aber vielleicht dreht sich ja alles noch in Band 4, wer weiß das schon. Deswegen möchte ich das gerne beenden. Und dann kann ich ja entscheiden, ob ich es dann rausschmeiße oder nicht. Mal schauen. Dann habe ich mir ein Buch ausgesucht, was letzte Woche in der Rache des Sub rauskam als Ergebnis. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das Video mal hier. Für alle, die es aber noch nicht gesehen haben, hier natürlich noch mal kurz der Inhalt. Sweet Filthy Boy, weil du mir gehörst von Christina Lauren ist eine Geschichte über Mia. Und Mia, die wird jetzt bald ihr Studium beginnen und möchte jetzt in diesem Sommer noch mal richtig die Sau rauslassen, bevor der Ernst des Lebens quasi anfängt. Und deswegen ist sie in Las Vegas für die Party und trifft auf einen super sexy Franzosen, der ihr total den Kopf verdreht. Und irgendwie sind ihre Zukunftspläne total über den Haufen geworfen. Auf der anderen Seite haben wir halt Ansel Jullion, der super sexy Franzose, der eigentlich auch nur Party machen will in Las Vegas, bevor er wieder zurück nach Frankreich fährt. Aber auch bei ihm hat der Blitz wohl eingeschlagen. Und das ist für beide natürlich nicht so toll, weil die eigentlich ganz andere Pläne haben. Ja, ich bin gespannt. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich jetzt eigentlich nicht so scharf auf dieses Cover bin und ja, vielleicht ist es einfach eine süße, nette, knuffige New Adult Geschichte. Keine Ahnung. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich glaube, dass ich das sehr, sehr gut im Sommer lesen wird. Lesen lassen wird, ja. Weil ja, da gehen solche lockeren Liebesgeschichten ja eigentlich recht gut von der Hand. Und hey, es ist so ein sonniges Gelb, also warum nicht? Probieren wir es einfach mal. Dann habe ich mir ein Buch einfach mal ganz spontan aus meinem Bücherregal rausgesucht. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und ja, bis jetzt hat es sich eigentlich ganz gut entpuppt. Oder ich konnte es halt dann rausschmeißen und wusste, es ist Zeit zu gehen. Diesmal ist es Heute sind wir Freunde von Patricia Spichalski. Ich glaube, von der Autorin habe ich am Anfang meiner Booktube-Phase so viel gesehen auf Booktube. Also, die hat ja ein paar Bücher geschrieben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mittlerweile ist ihre Zeit so ein bisschen rum. Also, ich sehe kaum noch Bücher von der Autorin. Aber ja, das ist auch so eine Avel-Geschichte gewesen. Und ich habe irgendwie, wie gesagt, ewig nichts mehr von diesem Buch gehört. Deswegen ist das hier so ein bisschen vor sich her gegammelt. Also, hier geht es um Nell, Leo, Chris, Anton und Valeska. Und die sind wohl total unterschiedlich. Und wegen eines Unwetters mussten sie unfreiwillig eine Nacht in der Schule sitzen. Und ja, die wird wohl ziemlich spannend. Also, es gibt wohl Konflikte, es gibt versteckte Gefühle, Eifersucht und eine neu entdeckte Liebe. Und ja, die fünf, die schweißt das wohl, also diese Nacht total zusammen. Und am Ende, am nächsten Morgen, gibt es nicht nur ein Liebespaar mehr, sondern auch fünf Freunde, die es eben nicht mehr waren, aber heute und vielleicht auch für ewig Freunde sind. Ja. Es klingt eigentlich ziemlich interessant, aber auch das ist wieder so eine Geschichte, die sich eben nur über diesen kleinen Zeitraum erstreckt. Ist mir gerade mal aufgefallen. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie das Buch sein wird. Es liegt halt einfach hier und ich habe es jetzt mal rausgezogen. Bitte lasst es kein Fehler gewesen sein, weil... Ja. Ich weiß es nicht. Also ich habe wirklich... Habt ihr das Buch schon mal gesehen? Seid mal ehrlich. Ich... schon ewig nicht mehr. Da ich ja versuchen möchte, meine Reihen, die ich jetzt lese, auch zeitnah zu beenden, als ich es früher getan habe, vor allem, weil die Rache mir ja mittlerweile auch ein paar neue Reihen auf den Hals hetzt, möchte ich dann auch Broken Darkness weiterlesen. Das ist der dritte Teil, so gefährlich. Auch da habe ich so ein bisschen meine Sorge, muss ich gestehen, weil ich da Band 1 so gut fand und Band 2 dann doch schon irgendwie ein bisschen für mich nachgelassen hat. Und in Band 3 geht es jetzt nochmal um andere Personen, wo ich überhaupt nicht, ja, weiß, ob mir das gefällt, weil die Personen so, hm, weiß ich nicht. Ähm, also Band 1 war noch ziemlich cool, weil da geht es um eine Frau, die in einen Trailerpark zieht, in so einem Wohnwagen und da klingelt ein Handy, das wohl irgendwer zurückgelassen hat. Und sie geht ran und auf der anderen Seite ist Dylan und Dylan hat eine total anziehende Stimme auf Annie und, ähm, ja, die beiden kommen sich dann übers Telefon ziemlich nah und Dylan schafft es, dass Annie auch einige Sachen tut, die sie sich vorher wahrscheinlich überhaupt nicht getraut hat. Und das Ganze war höchst erotisch, es war ziemlich derb von der Sprache, also hier wird das Kind beim Namen genannt. Und es war, fand ich, überhaupt nicht langweilig. Es war nämlich auf der einen Seite so diese, ja, Annies Freiheitsfindung und die Findung zu sich selbst irgendwo und Dylan, der aber auch seine Geheimnisse hat und langsam merkt, er muss da rauskommen, wenn er, ja, weiterkommen möchte in der Liebe. Und noch ganz viele, ja, Nebengeschichten, die dann sich daraus entwickeln und eben da knüpft Band 3 dann an, denn hier haben wir die Geschichte von Joan und von Max, also nur falls ihr Band 1 und 2 gelesen habt, wisst ihr schon mal, um wen es hier geht. Und das ist eine Konstellation, die, ja, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen erzwungen wirkt bis jetzt. Also es macht schon irgendwo Sinn, dass da jetzt die Geschichte weiter ansetzt, weil im Endeffekt ist Dylans und Annies Geschichte erzählt. Aber ich weiß nicht, ob mich das so interessiert. Also ich wusste nicht, dass es hier andere Protagonisten gibt, deswegen habe ich mir das Buch ja geholt, aber ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Und wie gesagt, ich sollte ja meine Reihen auch mal langsam ein bisschen schneller beenden, sonst komme ich irgendwann gar nicht mehr hinterher und das möchte ich nicht. Deswegen Broken Darkness, ich bin gespannt. So, das waren sie jetzt auch schon, die fünf Bücher, die ich gerne im Sommer lesen möchte, also in der Sommerzeit. Lasst mich gerne mal wissen, ob ihr eines der Bücher schon kennt und wie eure Meinung so dazu ist. Vielleicht bringt mich das ja ein bisschen mehr in die Motivationsecke. So, komm, lies es. Und vor allem gibt es eigentlich Bücher, die ihr gerne im Sommer lest. Also seid ihr auch so Jahreszeitenleser, weil ich lese zum Beispiel so gewisse Sachen dann doch eher im Sommer oder eben im Winter. Ja, ist ja auch jeder anders. Und deswegen lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ciao! Ciao!